Sie sind hier, 22. November 2018, 21.11 Uhr, von Sport1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Steven Gerrard spielte von 1998 bis 2015 beim FC Liverpool Urheberrecht, Getty Image, Steven Gerrard ist beim FC Liverpool eine lebende Legende. Das Amt des Cheftrainers bei den Reds reizt den jetzigen Coach der Glasgow Rangers. Steven Gerrard verdiente sich seine ersten Trängermeriten bei dem Klub, bei dem er bereits eine Legende ist. Der 38-Jährige war von Januar 2017 an etwa eineinhalb Jahre beim FC Liverpool für die U18 zuständig. Seit Sommer diesen Jahres arbeitet er beim schottischen Traditionsklub Glasgow Rangers als Cheftrainer. In einem Interview mit France Football ließ ein 114-fache englische Nationalspieler jetzt verlauten, dass er sich eine Rückkehr an die Enfield Roth vorstellen könne als Cheftrainer. Damit könnten sich viele Fans der Reds sicherlich anfreunden. Anzeige, jetzt das Trikot des FC Liverpool sichern, hier geht's zum Shop, heute bin ich sehr glücklich darüber, bei den Rangers zu sein und diesen Job zu machen. Ich möchte mein Bestes für die Rangers geben, sagte Gerrard über die Gegenwart, um dann aber doch über seine Zukunft als Cheftrainer zu sprechen, aber niemand kennt die Zukunft. Liverpool ist für mich ein ganz besonderer Ort. Eines Tages wird es vielleicht passieren, oder auch nicht, jetzt die Sport1-App herunterladen. Sport1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Dicker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär. Mia Mia Mia